Ja, da ist wieder der Wrestler 1973 zu Uncharted 4! Hell yeah! Let's go! So! Wow, die schöne Aussicht hier! Im letzten Part haben wir Hilfe von Elena, weil wir mit Elena unterwegs waren. Und wisst ihr noch, diesen hier haben wir von der anderen Seite gesehen. Bei Libertalia. Und jetzt sind wir hier mit dem Lift hochgekommen. Und jetzt gehen wir Richtung New Devon. Von Libertalia aus. Und wir fahren mal. Hier in dieser schönen Gegend. Ich sage jetzt gerade im Moment nichts, weil es hier so eine herrliche Gegend ist. Ich geniesse es gleich so richtig. Oh, die zwei sagen nichts hier. Ja! 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 Ein paar Schorlein-Fahrzeuge sind unterwegs nach Norden. Die werden wir wohl bald sehen. Ist euch bald soweit gut? Es gab ein paar Probleme. Aber soweit so gut. Okay, gut. Meldet euch, ja? Ich bin immer gern auf dem Laufen, okay? Wir versuchen es. Over und out. Ja. Ey, das ist so cool. Der Sali macht sich Sorgen um die zwei. Ich finde es ist einfach der Hammer. Wie er sich da Sorgen macht um die zwei da hier. Okay, wir müssen über die Brücken rüber. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nein, keine, keine! Nein, nein, nein! So, wo muss ich hin? Tja, noch etwas hoch. So. Noch etwas Anlaufen. Ooooooh. Hoppa. Nein. Passt nicht. Hey! Nö, nö. Okay. Ist okay. Der Maus ist nicht okay. Ich muss doch. Nicht so weit gehen. So, jetzt kommt es gut. Vielleicht. So. Jetzt. Jawoll. Jawoll. So viel zum Wagen. Mhm. Hm? Ja. Komm. Ich wollte dich nicht schützen. Es ist nur, ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Das haben wir beide. Ich habe den Schwur gebrochen. Ich habe nichts gesagt, weil ich... Ich hatte Angst. Angst vorvor? Dich zu verlieren. Ich schätze, ich wollte... ...mich selbst schützen. Verstehst du? Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Ja. Wir sollten weiter. Ja. 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 Gehen wir weiter. Ja. So haben wir natürlich... ...das Auto verloren. Gehen wir hier hinten. Was haben wir hier hinten? Nichts. Ah, Moment. Aha. Ja da. Ein Tagebucheintrag. Ja. 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 Ich bin nicht wirklich so. Nein. Ja. 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 Ich bin nicht der Moment ja zu. Ja, vielleicht machen wir hier mal Urlaub, was? Ja, vielleicht. So. So. Ah, hier rauf. Und wo geht's weiter? Oder muss ich echt entdecken? Ja, ich muss entdecken. Jaaa, ei 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 ei. Jaaa. Das war's. Jaaa. 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 Oh, das bin ich wieder da. 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 So, und jetzt? Und jetzt? Ich bin wieder gleich weit wie vorher. Oh, das bin ich wieder da. Oh, das bin ich wieder da. Oh, ganz allein hier. Tja, Ruhe in Frieden, Piratenfreund. Ruhe in Frieden. Weiter geht's. So, dann hier rauf. Na da rauf. So. Wow. 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 Mhm. Das sind das Siedler. Eine schlimme Art zu sterben. Mhm. Hier ist noch einer. Oh. 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 Sorry. 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 So. 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 kann man eine Rebellion natürlich auch nieder schlagen, das die ganze zeit geplant war. Was? die Siedler alle umzubringen? Nein. sie herzulocken in der Hoffnung auf ein Tod. und ihnen dann alles wegzunehmen, was sie haben. Wir haben es ja auch mit Piraten zu tun. Aber das ist ziemlich diabolisch. Selbst für Piraten. Ja, mit Rachel springen hier. Super. So. So Leute. Ich werde hier mit dieser kurzen Folge Schluss machen. Wir sind jetzt hier in New Devon. Und wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Holt dich euer Wrestler 1973. Hell yeah. Ciao.